Eine in manchen Familien schwierige Situation ist das Zähneputzen von Kindern. Wenn diese Situation schwierig ist, gibt es nicht diesen einen Rat, den wir geben können aus Montessoris Sicht, weil die Kinder einfach sehr, sehr verschieden sind und auch ganz verschieden agieren und reagieren. Also es gibt für solche Situationen kein Rezeptbuch, auch nicht bei Montessori. Das Wichtigste ist für sich einmal ganz klar zu haben, was ist mir wichtig? Will ich, dass das Kind Zähne putzt? Wenn ja, warum? Will ich, dass das Kind gründlich Zähne putzt? Wenn ja, warum? Also man muss einmal als Eltern sehr gefestigt sein und möglichst auch einig. Wenn Mama und Papa dazu schon unterschiedliche Meinungen haben, wird das Kind das spüren. Da fängt die Schwierigkeit manchmal schon an, dass man sich da auf etwas einigen muss, wie man eben dann gemeinsam dem Kind gegenüber auftritt. Das gilt für alle Bezugspersonen, das gilt auch für den Babysitter oder für jegliche Bezugsperson, dass die wissen müssen, dieser Wert gilt und den muss ich dem Kind gegenüber vertreten. Also wir gehen jetzt davon aus, Zähne putzen ist wichtig und das Kind will nicht Zähne putzen. Was heißt, es will nicht Zähne putzen? Da geht es schon mal los. Spielt es zum Beispiel gerade und fühlt sich gestört in der Spielsituation, dann muss man das Ritual verändern, dann sollte das Zähne putzen zu einem Zeitpunkt stattfinden, wenn das Kind nicht gerade mit einer anderen Sache beschäftigt ist. Also vielleicht sehr zeitnah, also nach dem Baden vielleicht, bitte einmal anziehen, Zähneputzen, ins Bett gehen. Das kann manchmal helfen, dass man einen Ablauf findet, wo das Kind sich nicht gestört fühlt oder gerne etwas anderes machen möchte. Die zweite Sache ist dann natürlich die Frage, wer putzt denn die Zähne überhaupt? Bei vielen Kindern, die nicht Zähne putzen möchten, ist es in Wirklichkeit so, dass sie sich die Zähne nicht putzen lassen wollen. Also selber putzen geht, aber dass jemand anderer putzt, ist unerwünscht. Das sind vor allem Kinder, die sensorisch eher empfindlicher sind, die mögen das nicht, wenn ihnen jemand anderer mit einer Bürste im Mund herumschrubbt. Und da wird dann normalerweise besser die Situation ab dem Moment, wo sie selber putzen dürfen. Natürlich wissen wir, dass junge Kinder nicht so gründlich putzen. Also vielleicht geht es, dass das Kind ein bisschen putzt und ein Erwachsener putzt ein bisschen und dann putzt wieder das Kind und man putzt dann noch einmal nach. Oder wie auch immer, vielleicht ist das eine Lösung, die man mit dem Kind ausverhandeln kann oder einfach ausprobieren kann. Wie immer in solchen Situationen, die schwierig sind, ist es wichtig, dass wir sehr genau wissen, was wir wollen. Also dass wir authentisch sind, dass wir konstant sind. Wenn wir da unsicher sind und jeden Tag ein anderes Signal aussenden, dann kann sich das Kind nicht orientieren und dann wird es das einfach ausprobieren müssen, was wir jetzt meinen. Also zuerst einmal klar werden, wie möchte ich es haben. Dann das dem Kind möglichst locker, möglichst selbstverständlich sagen oder irgendwie darbringen oder einfach auch nur zeigen. Wenn das Kind jetzt zu putzen anfängt, zu sagen, jetzt putze ich wieder ein Stückchen und jetzt putze du wieder und jetzt putze ich wieder. Das kann ja auch ganz nett und locker gemacht sein. Also wie oft in solchen Situationen ist es der Erwachsene, der sich überlegen muss, wie zeige ich es meinem Kind so, dass das Kind die Sicherheit hat, das wird jetzt so gemacht. Ohne uns zu verkrampfen, ohne streng werden zu müssen, ohne das Kind zu irgendetwas zu zwingen, was ohnehin sinnlos ist, sondern dass es vielleicht spielerisch läuft oder zumindest in einer selbstverständlichen Leichtigkeit und Lockerheit aus diesem tiefen inneren Wissen und der tiefen inneren eigenen Sicherheit heraus zähnegeputzt wird und zwar ordentlich.